Ich mache gerade Teambesprechungen mitten hier an der Jungfersenherde. Da sind zwölf an der Zahl und wir haben hier so eine extensive Fläche. Die haben sie auch schon gut in den Schuss. Also wir pflegen die für die untere Naturschutzbehörde hier. Eine ehemalige Kieskuhle. Und ja, also sie nörgeln so ein bisschen, weil das sind nicht mehr so leckere Sachen hier. Aber ich habe Ihnen jetzt erzählt, nächste Woche gibt es eine Fläche dazu. Nebenan haben wir noch eine Fläche, die wir noch einmal mähen. Und dann kriegen sie nochmal eine Fläche dazu. Da ist auch noch leckeres Gras dabei. Das ist dann der Ausgleich. Und ich glaube, sie haben es verstanden. Also sind wir nicht böse. Also eine Woche noch sagen sie, es ist okay. Und das ist immer so mein Wochenendritual. Ich besuche alle Rinder, spreche mit ihnen. Und ja, so bauen wir eine Beziehung und auch Vertrauen auf. Und das ist immer noch ein bisschen. Und das ist immer noch ein bisschen. Und das ist immer noch ein bisschen. Vielen Dank.